Hallihallo zusammen, worum es heute geht? Ich denke, ihr seht es schon, um ein Auspack-Video. Ich habe gerade dieses Amazon-Paket bekommen und ich gehe davon aus, dass das von meiner Amazon-Wunschliste ist. Den Link habe ich unten in der Box und oben auf der Startseite. Und was da jetzt drin ist, das sehen wir uns zusammen an. So, jetzt wollen wir das mal öffnen. Was haben wir denn da drin? Oh nein, auch noch das teuerste von allen. Ja, super, dann zeige ich euch mal, was das ist. Aus dem Karton rausholen. So, Karton weg. So, leider lag kein Zettel drin, das heißt, ich habe gar keinen Namen. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das kommt. Ich packe das jetzt aus und werde aufhören zu quatschen. Ihr könnt einfach zugucken und wir machen das jetzt mit Musik. Musik 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 Ja, Vielen Dank an den Spender. Also männlich, weiblich, weiß ich nicht. Es lag leider kein Zettel drin. Wie gesagt, ich würde ja gern den Namen oder die Firma wie auch immer nennen, wenn ihr das möchtet. Dann bitte auch, man kann ja das als Geschenk versenden und dann ist so ein kleiner Zettel drin. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, mir eine Nachricht zuzukommen lassen. Ansonsten vielleicht kurz melden unter Ja, ja, Kommentare oder kurz anschreiben, genau. Dann melde ich mich natürlich nochmal bei dir. Ja, vielen Dank, das freut mich wirklich sehr. Ich habe da richtig Lust zu. Und ich werde jetzt auch gleich heute Abend das ausprobieren und mache dazu natürlich auch ein Video und bin sehr, sehr gespannt, ob ich das hinbekomme. Ja, ich hoffe, das Video hat euch so halbwegs gefallen und über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wie gesagt, das hatte ich bei Amazon gefunden und auf der Wunschliste gepackt. Ja, und dann mal gucken, ob da noch was kommt. Also wenn, Dankeschön. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.